Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Spotify eure E-Mail auf dem Handy ändern könnt. Dafür müsst ihr erstmal den Browser und euch dort erstmal mit eurem Spotify-Account anmelden. So, nachdem ihr das gemacht habt, geht ihr einmal auf euer Profil und drückt nun oben auf den Punkt Profil bearbeiten. Nun scrollt ihr einmal nach rechts und könnt nun hier auf Profil bearbeiten drücken und dann könnt ihr einfach hier ganz oben auf dem Punkt E-Mail eure E-Mail ändern und dann eure E-Mail ändern und dann das einfach abspeichern. Ich würde mich über ein Like, ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.